Du sagst mir, wann es losgeht. Du kannst loslegen. Hast du schon? Ja. Herzlich Willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Heute haben wir wieder den Bogdan bei uns. Der Bogdan hat schon mal eine Übung gemacht, wo man mit dem Mund auf einem Bein ein Blatt Papier aufheben muss auf dem Boden. Heute kommt auch wieder etwas sehr imposantes, und zwar Handstand Liegestütze, Handstand Push-Ups. Und er kann das frei. Wir versuchen mal 10 Stück hinzubekommen. Ansonsten, wenn das frei nicht klappt, ruhig jemanden dazunehmen, der euch ein bisschen hält. Ist ordentlich für die Schultern, Trizeps, ein bisschen Brust und so. Oberkörper muss da schon richtig stabil sein. Und ja, ist turnerisch. Schaut es euch mal an. Sehr cool. So, jetzt muss es halt auch klappen. Sollte. Sollte. Sollte ich euch die Hilfestellung geben? Hört schon nichts mehr. Jawohl. Eins. Zwo. Drei. Vier. 3, 5, 6, 7, probierst du noch 3? Willst du noch 3 probieren? 3 Stück noch, dann haben wir die 10 voll. 8, 9, okay, sau gut, sau gut. Also 9 Stück, ziemlich deluxe würde ich sagen. Nicht auch einmal. Eine Wiederholung ist schon richtig, richtig gut. Überhaupt in Handstand zu gehen ohne Stützen ist schon richtig gut. Das war nie auch schön. Also, falls ihr es ausprobieren wollt, sagt uns Bescheid. Vielen Dank. Bis dann, tschau.